Als nächstes die Superknallfrosch D von Nico, diesmal aber mit Preisklasse 15 Schild. Könnt ihr hinten gucken. Der Hans Peters zittert hier schon, ist aschkalt. Und wie ihr erkennen könnt, kommen die nicht raus. Nein, mit grauer Lunte. Ich hoffe mal, die sind noch gut. Zünd die anderen Knaller am besten gleich an. Werfen wir ein bisschen weiter weg. Ja, ich werfe ja gerade. Wow, dieser Funkenflug. Das ist jetzt ein Goldregen. Verfolgt und werfe einfach noch einen. Einfach hier so hin. Wow. Ja, deutlich besser als aktuell. Das ist jetzt ein Goldregen.